Wow, wer ist denn das? Das ist Mr. Grease! Oh mein Gott! Er sagt guten Morgen, meine Langschläfer! Hä? Aber diejenigen, die es tun, werden großartig belohnt. Oh mein Gott! Wir sind hier in einer Gameshow von Mr. Grease, so wie bei Squid Game. Und nur einer kann überleben, glaube ich. Oh Gott, und das werde ich sein, ne? Ich bin nämlich in der 1 drin. In welcher bist du drin? Ich kann rauslaufen, du auch? In der 4. Ich bin in der 1, weil ich Nummer 1 bin! Aber mein Bett sieht gar nicht mehr gut aus. Wie sieht dein Bett aus? Hier sind so X auf dem Boden. Ich glaube, da sind schon welche ausgeschieden. Oh mein Gott! Siehst du auch den Fernseher? Oh nein! Guck mal, wie der aussieht! Oh mein Gott! Oh mein Gott, wir müssen abstimmen! Oh mein Gott, wir müssen abstimmen, wenn wir rausschmeißen und wir nicht. Was? Nein, das glaube ich nicht. Ey, bitte, ich drücke bei dir auf jeden Fall drinlassen. Oh oh! Oh mein Gott! Los geht's! Okay! Nein! Wer ist der Erste? Der Fall dreht's jetzt, ne? Nein! Oh nein, bitte! Achso! Nicht auf mich! Bitte nicht auf mich! Bitte nicht! Bitte nicht! Bitte nicht! Oh! Oh mein Gott! Anna! Die killen! Die killen wir! Oh mein Gott! Dir 30 Sekunden Zeit zu belegen, dass sie nicht rausgeschmissen werden will! Ah, schreibt die in den Chat? Ne, die schreibt die in den Chat! Nein, nein! Okay, was machen wir? Töten! Töten! Oh Gott, die Arme, Alter! Als wenn! Oh mein Gott! Oh mein Gott, sie wurde eliminiert? Ja, das war... Oh mein Gott, nein! Weil wir Töten gedrückt haben! Nein! Nein, wir sitzen nebeneinander! Oh mein Gott! Knapp neben mir! Neslay! Oh mein Gott, Alter! Alter, guck mal, wie der guckt! Der sieht auch schon schimmrig aus! Mit dem schimpft das nicht! Irgendwas ist mit dem ganz, ganz faul! Den müssen wir auch rauskicken! Den müssen wir töten! Das geht nicht anders! Denkst du, müssen wir? Ja, komm! Oder? Oh, oder? Töten! Töten! Oh Mann! Oh nein! Aber er bleibt drin! Oh nein! Und wollen wir alle behalten? Oh mein Gott, der bleibt drin! Oh! Okay! Okay! Oh! Überlebt! Alter, heftig! Ich kann nicht glauben, dass der Typ es gerade überlebt hat, Alter! Die waren ja wirklich alle auf seiner Seite! Die waren echt alle auf seiner Seite! Aber warum, ne? Oh Mann, krass! Okay, ich würde auch jetzt... Ah, jetzt kriegen wir mehr Geld! Ah! Ah, jetzt haben wir Geld bekommen! Okay, wir müssen jetzt viele Spiele wie möglich überleben! Und die letzten, die überleben, gewinnen, ne? Der Letzte, glaube ich! Alles klar, wie ist es ein Good Game! Das nächste Spiel in sechs Sekunden! Oh mein Gott! Oh, 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 oh! Ich bin gespannt, ich bin gespannt! Oh, es geht los! Oh mein Gott, ja! Der Fernseher läuft! Und... Oh mein Gott! Das Spiel, was du spielst, heißt... Bewegenden Würfel! Oh mein Gott, ich sag dir, locker müssen wir alle würfeln! Und wenn man eine Zahl würfelt, dann war es das! Oder? Glaubst du? Ich kenne mir... Oh nein! Wir müssen hier drauf... Wir müssen balancieren hier! Schnell, los geht's! Oh nein, der bewegt sich, der bewegt sich! Oh mein Gott! Was ist das für eine Ansicht? Ich bin nicht bewegt schon! Oh nein! Wow! Wow! Wow, Alter! Das ist gar nicht mal so leicht! Die Rutsche eliminiert! Wow! Oh mein Gott! Alter, was kann mich für laserstrahlen? Jetzt geht's ja richtig ab! Oh mein Gott! Alter! Wurdest du getroffen einmal? Ne, 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 ich auch nicht! Sehr gut! Okay, stark, stark, stark! Alter! Ey, das war ja richtig... Also, es ging richtig um, weil ich glaub ich, dass es so viel ausgeschaltet wurde! Ja, ja, genau, genau, genau! Guck mal, du siehst du auch hier die Kabinen, es sind schon einige Leads, einige Kabinen, ne? Also, guck mal, auch die X auf dem Boden, siehst du das? Ja, was bedeuten? Was bedeuten die X auf dem Boden? Die waren eben schon da! Ja, die X, das war ein Kabin, da war vorher eben, da war in der Ecke noch eine Kabine von jemandem! Ah! Und am Ende ist es kack, keine Meta! Okay, am Ende sitzt es noch eine hohe X auf! Ja, genau, genau! Okay, neues Spiel! Mal gucken! Er trinkt schon mal seinen Saft! Was trinkt ihr für Apfelsaft da, ne? Oh mein Gott! Die lösen sich mit der Zeit auf! Ah! Es kennt man aus Minecraft, ne? Oder so, glaub ich! Spleev! Spleev! So heißt das! Aus Singens! Aus Fortnite! Vollgeist auch stimmt! Vollgeist! Okay, Vorsicht! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Okay, immer schön im Kreis laufen! Und immer schon, also mäßig so ne große Runde laufen! Ne große Runde laufen! Ey! Du bist grad direkt vor mir! Oh mein Gott! Nicht runterfallen! Ey, das ist so unkorrekt von dem! Nicht runterfallen! Ich bin schon einen runtergefallen! Du bist schon einen runtergefallen? Oh mein Gott! Ich hab mir einen perfekten Weg gebaut! Digga, hier kann keiner mehr kommen! Oh! Ich hab echt noch gut Zeit! Alter! Du bist ganz oben, oder was? Ich bin noch ganz oben als allerletzter! Ich glaub's nicht! Und ich kann ja noch einige Zeit rumlaufen! Ja, Mann! Okay, kann schon! Stark, 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 stark! Das ist schon mal sehr wichtig! Du bist genau unter mir! Ich kann nicht mehr so lange rumlaufen jetzt leider! Oh mein Gott! Ich glaub ich lauf so? Ja, das ist schlau! Nein! Au! Ich bin auf blau gefallen! Das geht gar nicht gut! Da bist du! Ich seh dich! Ja! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Digga, ich war auch krass am Start! Ich war übelst lang nach oben! Alter! Es sind nicht mehr so viel am Start, ich grad! Zeig mal! 1, 2, 3, 4, 5, 6 Boxen! 1, 2, 3, 4, 5, 6 Boxen! Oh mein Gott! Das ist echt richtig wenig, ne? Oh mein Gott! Ich bin gespannt, wer das gewinnen wird! Wir Loser! Okay! Mr. Grease Game Show! Nächstes Game geht los in 5 Sekunden! Oh Gott! Oh Gott! Ich bin gespannt! Das Problem ist, es wird auch immer schwerer! Es ist ja nicht so, dass es jetzt leichter wird auf einmal! Ja, ich glaub jetzt kann noch immer nur so einer ausschalten! Ja, ja, safe! Oh! Oh! Alte Baby-Mr.Fett nicht zu lange! Oh mein Gott, das ist Hot Potato! Ja, man, ja, man! Oh Gott! Okay, das heißt sozusagen, man hat ein Baby in der Hand und das explodiert irgendwann und dann muss man aufpassen, dass man es nicht in der Hand hat! Oh mein Gott! Oh mein Gott! De! Das ist schon immer, Bro! Hab ich's? Ne, wer hat's? Oh mein Gott, das Baby in der Hand! Da drüben, der, laufe. 10 Sekunden, 10 Sekunden, 8. Alter! Laufe weg, bei dem... Ich sehe den 8 Sekunden! Ich bin in der Röhre versteckt! 64 oh mein gott der ist gerade übergeben an den oh mein gott er ist raus ich hab den nein oh mein gott ja ich hatte gar nicht das heiße baby gegeben als das ja es sind zwei ausgeschieden eben das finale da ja mal gucken ob jetzt ja kann das gleich ausscheiden auch sein und ich hab noch was ich auch gewinnen kann in einer sekunde jetzt zeig mal was hat er jetzt hier in der plattform nein und da fällt lava lava steigt von unten und von oben kommen steine müssen ausweichen ja mann okay es geht aber eigentlich glaube ich also vom verständnis also eigentlich sollte es ganz klar gehen nein es fühlt sich schon mit lava okay oh mein gott okay man kann nicht runter oh gott oh nein oh gott wird drüben da wird euch sogar angezeigt wo der runter kommt digga digga was ist denn da gerade passiert ich hab mir eine respawn geholt das war unfair das war und dass ich da rausgeflogen bin das selber gesehen nein ich habe die kugel die ist runtergerollt ich dachte die mäßig von oben einmal das war es ja nicht so schnell okay seine favoriten nein ich werde alle schönen leute um dich herum jagen aber ich bin der schönste ja dann geht er hoffentlich nur auf dich oh gott oh gott er kommt jetzt ne wo ist er ist hier eine safe zone oh mein gott die kerne oh mein gott hast du schon gesehen ich suche gerade die kerne ich bin ich habe ein kern jetzt ich habe ein kern jetzt wir sind die kerne aus man hat mich brauche ich bin nämlich wieder besser ist viel schneller als man selber und die kerne brauchst du zehn sekunden um die einzusammeln ich sag's nur du musst zehn sekunden drücken bei den kern ja normal sieht man die egal ich glaub ich hol den jetzt zehn sekunden also eine sekunde gedauert ich hab drei sekunden er tut der lade ist noch langsamer ging es gar nicht mit dem laden dann sind die unterschiedlich vielleicht irgendwo hier noch der typ ich weiß nicht genau ich guck bei dir gerade schon zweiter kern auf jeden fall war der war der war der hinter dem anderen spieler der hat nicht genug der hat längst nicht genug der hat locker noch gar kein kern ich kann mich zugucken doch kann ich zugucken warte mal ich guck mal ja der wird oh nein zeigt mal was ist los ah das sind safe zones das wusste ich nicht digga den wirst du nicht mehr los der andere typ ist am spawnen schilder dann schild im spawn bereich ich sehe es und jetzt der ist einfach cameraman sehe ich gerade jetzt beim anderen jetzt beim anderen oh my god digga ich guck mal ob der wegläuft ja der andere typ ist hier jetzt am rumlaufen ich guck mal ich guck mal ob der zudem geht der mr grus oder sammelt die kennen ja 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 raus 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 warum wollte die gerade der dicke oh my god lauf du kannst einsammeln kannst du kannst einsammeln schnell den letzten 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 drei erkennt lauf oh mein god der hat ihn gleich der hat ihn gleich dann ist das spiel vorbei glaube ich hast gewonnen glaube ich ich bin ja auch noch am start ist alle drei noch am start ja weil ich habe ich gespawnt das ist unendlich gehen ich werde schon noch ich werde schon noch gucken wer gewinnt hier war das finde ich der beste die könnte nicht drauf ich habe das spiel geworden jetzt gerade ja ja aber eigentlich oh mein gott was passiert jetzt ich glaube das war schon level hart selbst eliminieren oh mein gott was geht denn jetzt ab oh mein gott wir haben ist der eck 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 lauf und man würde gehen auf ihn dann gehen auf ihn oh mein gott besiegen aber irgendwo kanone genau zu mir ich weiß glaube ich damit ja damit er auf ihm anderen geht oh mein gott was das denn was macht er jetzt dreht sich gleich ich wusste es oh mein gott oh mein gott digga gleich besucher locker gleich haben wir sogar locker oh mein gott über jetzt ist er locker geschwächt ne er kommt wieder oh mein gott er tritt ihn wieder dreht wieder aber ich glaube macht ihm kein schaden beim treten oder er ist am hau digga da gibt es uns hier ich weiß ich weiß oh mein gott hat er macht die charme treten das war es nicht mit ihm und das hauen hier auf sich um die hüte bomben nein ich bin enttäubt ich war auch betäubt wir können die bombe auf den schießen ja die explodierte bombe das überlebt habe ich glaubst nicht wir leben hast du noch fast voll noch und du ich habe auch nein aber nicht weiß wie hat er schnell ist das oh mein gott das war zusammenkommen vorsicht er macht er ist wieder glaubt oder ob ich weiß auch nicht weißen die suche mich die mann ja die explodierte ich bin gleich tot tot die bombe kaspar ich habe sie und jetzt boom noch mal ich habe abgeworfen noch mal aber ich bin fast tot 1 ap 1 ap 1 noch berührende war es das wir müssen ihn noch besiegen der ist nicht mal halbtot ich habe eine bombe los jawoll ein drittel haben wir weg was macht der da nein das war's du geh 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 ja du hast welche steine digger ja was macht er mit mir aau aau er geht auch nur für mich digger up hast du dich stark die bomben bomben bitte bitte ja sammel 1 am 1 los ja ich habe ich habe ich habe stark wir haben den gleich dicker wer ist tot was ich zwei 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 wir brauchen wir brauchen die ganze nebischer feind jetzt steine aus ausweichen Nee, 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 nee. Bomben, 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 oder? Oh, Spikes, Spikes, Spikes. Jetzt wirf mir erst mal der Bomben. Ja, erst mal der Bomben. Steine! Alter! Au, Digga, man kann nichts. Hey, holt mich! Bro, ein AP, ein AP. Schon wieder Bomben, 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 Bomben. Nein! Ich bin betäubt! Steine, Digga, so ein Ehrenloser. Er hat Bombe geworfen. Alter, ich bin fast draufgegangen. Ich bin tot. Oh, Mann. Oh, mein Gott. Bro, er hat mich betäubt mit dem Stein und dann ist die Bombe zu mir gekommen. Was war das denn für ein Unglück? Komm, Musik, Digga, wir haben ihn so weit geholt. Komm, ich will passieren, was ist da passiert? Hol die Bombe doch ein. Du musst doch locker noch Bomben im Wetter. Schnell! Machen wir eins, sammel, los! Ja! Schmeißen! Ja! Oh, Mann, du musst dich noch mit drei Bomben treffen. Mit drei Bomben nur noch treffen. Nein! Vorsicht! Vorsicht Bomben, neue Bomben! Ja, die drei müssen sie treffen! Bitte! Dann hast du gewonnen, dann hast du gewonnen. Komm schon. Komm schon, du schaltest, du kannst das. Oh, mein Gott, Digga. Das Weltrekord dann. Los! Los! Schießen! Du kannst direkt werfen, direkt werfen, direkt werfen! Oh, du musst dich auf ihn aimen, musst dich auf ihn aimen. Einfach nur, einfach nur eins. Nein! Das waren die letzten beiden Bomben, die fehlten, Digga! Leute, wir haben es leider nicht geschafft. Wenn ihr wollt, dass ihr es nochmal probieren, lasst unbedingt ein Like da und schreibt Hashtag Part 2 in die Kommentare. Du unbedingt mal schick um das Video. Und diesmal Videos ausgucken, bis zum nächsten Mal, lohnt sich Videos. In diesem Video bis dahin und ciao, ciao!